ich grüße dich Donnerstag schön dass du hier eingeschalten hast ja ich habe meine freunde hier auch die haben ein bisschen angst vor mir und ja mein vorletztes video vor der sommerpause und dann heißt es zwei drei wochen durchatmen dann für september vor produzieren und ja den rest werden wir ja eh alles sehen und so aber ich freue mich halt schon dass man wieder ab september wieder durch startet jetzt haben wir noch june am 29 gibt es noch ein letztes video von mir und dann müsst ihr leider bis september warten ich tue es eh vor produzieren also ihr braucht da keine angst haben da sieht man schon mein freund und meine wenigkeit und die donau ein bisschen ja ich wünsche euch noch was ihr könnt mir ruhig einen daumen nach oben geben wie mehr abonnenten ich habe desto wohl erfülle ich mich dem sinne bis morgen und dann ist für mich sommerpause